Ja gut, dann halten wir zumindest mal fest, also 19 Uhr bin ich auf jeden Fall mindestens mit Thorsten und den anderen Soundcheckern dann vor Ort schon zum Start und komm gerne dazu, wenn du Lust hast oder irgendwann mal später, muss dann nicht mehr gleich im Leben sein, aber sei gerne dabei. Ja ja, wenn mir kein Kühlschrank auf den Kopf fällt, bin ich dann früher da und bleib dann, so wie es kurz vor Schluss, ein paar Sekunden vorher, springe ich gleich daher, damit ich sehe, ob mich auf der Teleport schon mal klappt für mich. Ja, gerne, gerne, dann machen wir das. Wie zum Beispiel Microsoft Teams, das wird jetzt direkt mal jetzt hier deaktiviert. Ja, ich hatte, wir hatten jetzt irgendwie jetzt auch hier eine christliche Gemeinde, wie du weißt, und jetzt versuchen wir halt auch alles dann so ein bisschen über Video, ne, Videokonferenz zu machen, unsere Treffen, damit da auch keiner irgendwie alleine zu Hause sitzt und zu sehr isoliert wird und ne, da haben wir auf jeden Fall verschiedene Lösungen ausprobiert. Bei Microsoft Teams zum Beispiel, aber Zoom-Meeting zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alles was sagt, ne, aber das haben wir heute getestet, dass er wesentlich besser ist, als jetzt zum Beispiel dieses Microsoft-Dinge. Ja, aber, ja, haben wir auch lange genug gemacht, ne? Ja, ja, durchaus, durchaus, jetzt haben wir halb elf, ne, also, fast zwei Stunden, ordentlich, aber hat sich auch gelohnt, weil es ist auch sinnvoll. Und tut mir leid, dass der Riese nicht Dreikopfer hat, ne? Ah, ist gut, ah, ist gut, ähm, ja, also, dann sage ich mal einen angenehmen Abend noch, ja, und, ähm, auch dir ein Gleiches, bis Samstag, ne, und wenn noch irgendwas ist, dann einfach mal Bescheid zahlen. Alles Gute in allen Welten.